So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen, ich würde mal sagen, perfekt, perfekt vor uns, let's go, Digi, ich komme, welches Level war das jetzt nochmal, Gott sei Dank bin ich 22, let's go, hey Digi, wie geht's denn so, haben wir schon wieder Probleme oder was, es ist endlich Zeit mit meinen Musen zu feiern, welche Musen, was, muss bitte, oje, oje, und ich so mit, ich muss mitmachen, vielleicht auch noch, ich hab schon die Befluchtung, ich hab schon Befürchtung, dass ich da mitmachen muss, Das wird eine ausgezeichnete Nacht, weilen wir uns, du wirst unser Ehrengast, ah, ja dann, kriege ich wenigstens Gebobkorn und einen guten Wein oder irgendeinen Spritzer oder irgendwas, das wär schon geil, Ist das nicht mehr so schön? Diese Philakitai ersticken unsere Feierlichkeiten, sie verachten uns Poeten, sie denken, sie kennen die Wahrheit, du kennst sie besser? Natürlich, Wahrheit entspringt dem Chaos, nicht der Ordnung. Okay, 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 dementsprechend, jetzt beginnt er plötzlich mit dem Laufen, der Havager, der ist ein Wahnsinn. Ja, das nehm ich mir, ausnahmsweise, ausnahmsweise, nehm ich mir den Havager. Hab ich eigentlich zufällig, also ganz, 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 ganz zufällig, äh, wollt's gerade, quasi schon mal so sagen, so ob ich vielleicht da durch, die ein oder andere neue Nebenquests dazukriegt, aber, so, äh, eigentlich hinnert. Ja, man hat nur gedacht, so, okay, ja, passt, 21, wird schon passen. Neue Nebenquests, nicht schlecht. Ja, ich bin gespannt. Ja, ein Gastel neues, ach, geh, Tiki, Tiki, ich doch nicht. Ich doch nicht, geh, 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 komm. Ey, Senusid etwas. Ah, in der Richtung ist... Bayek, Gennadios Filakitai. Ich hätte wissen müssen, dass diese Fregel uns folgen. Ähm, ja, ist aber nicht böse, aber ich steig einmal ab. Da kann ich wenigstens besser kämpfen. Da kann ich definitiv besser kämpfen, wenn es in Zwitter-Six. Oh, ey, ey. Da ist aber jetzt Glück gehabt, dass du von hinten kommst, bist geschissener. Da hat jetzt aber auch einer Glück gehabt. Was ist denn gefickt? Ah, da ist er. He, he, und... Was? Ich glaube, das ist... Ich glaube, der falsche, und der ist auch noch unschuldig und das Ganze, also... Ich gehe... So war das, glaube ich, nicht gewollt. Keine Ahnung, dieser war das, glaube ich, nicht gewollt. Zeig mal noch her, nur rüstungsmäßig. Was haben wir denn da sonst noch alles? Nein, da kann ich wieder zerlegen, oder? Da spielen wir wieder auf Zerleger, oder was? Das macht einfach das Gerät, oder was? Ja, bitte, Danke. Scheiß auf Doppelklinge. mmmm, 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 mmmm... Du depp, du geht gleich wieder etwas weiter, Alter. Hovera. Nicht schlecht, nicht schlecht. So kann ich die ganz guten Sachen nicht weggegeben, aber es geht etwas weiter. Was? Ich muss noch mal meinen Pferdhalter mitnehmen. Havara, kannst du jetzt nicht ohne? Nicht, dass ich da gleich desynchronisiert werde. Havara, bleib stehen! Havara, bleib stehen! Da rennt man da weg. Das ist eine wahnsinnige Idee. Müsse habe ich das Gefühl, dass wir noch öfters abbiegen werden und nicht im Handraum müssen. Sie wird hoffentlich den Geschichten Ayas gerecht. Einfach grandios, Phanus. Bayek, komm! Betritt deine eigenen Elyse. Ich wollte schon versorgen, so... Oh, okay, was? Das wär's ja... Das wär's. Das ist so geil gewesen. Hier verholen sich die Poeten Alexandrias. Warte, hast du gehört? Gennadius! Seine Männer müssen uns gefolgt sein. Wir kümmern uns darum. Komm! Hol die Klinge! Ich fülle meine Tintenfässer mit dem Blut dieser Metrogoites! Aha, Titten! Bist du auch, wie ich in der Frau? Aha, Titten! Passt, ja, ich konzentriere mich schon wieder. Ich konzentriere mich schon wieder auf die Hocken. Passt schon. Bin schon da, bin schon da, hoppala! Get not that! Ich will was sagen, da habe ich mal unabsichtlich jemanden erwischt. Ja, Peter, der ist nix. Er ist hier, Alter, der ist hier. Also mit einem Schwerter? Hm, kann man schon was machen. Kann man schon was machen. Muss noch aufpassen, weil die attackiere mich sehr, sehr gerne von hinten, ist mir aufgefallen. Sehr, sehr gerne von hinten. Hast recht, wenn der Große da ist. Wenn der Große da ist, muss ich sowieso aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Gut, dass ich jetzt da bin. Sehr gut, dass ich jetzt da bin. Dann konzentrieren sie sich vielleicht wenigstens ein bisschen auf mich, sodass er nicht mehr geht. Weil, puh, hätte jetzt vielleicht scheiße ausgehen können. Also, wenn ich jetzt den Move nicht gehabt hätte. Ich glaube, dann hätte ich es nicht geschafft. Ich glaube, dann hätte man Desynchronisation gehabt oder die Mission für einen Fehl geschlagen. Und jetzt wollen wir dann doch wieder nicht. Hi, ich sage Jorki, hi. So, was, wie bitte? Drakon, mein Lieblingspoet wird es wohl überleben. Es muss einen Weg geben, sie für immer aufzuhalten. Bayek, wir sind nun Blutpoeten. Dies ist unsere Chance, die Menschen aufzuwiegeln. Was immer nötig ist für den Frieden. Gib mir etwas Zeit. Ich rede mit meinen Leuten. Finde ihre Verstecke. Also, ich würde mal sagen, Alexandria wird noch ein wichtiges Thema. Also, allgemein. Allgemein, allgemein. Also, das wird nicht nur bei A Moe und Tschüss Baba bleiben. Das wird so dieses, ja, da wird es immer öfters wieder hin, her, hin, her. Das finde ich schon super. Das finde ich richtig gut, weil so soll es auch sein, weißt. Weil da fühlt sich dann wenigstens die Stadt mal wenigstens wieder nach einer Stadt an, dass du sagen könntest, das ist nicht nur bei A Moe und Tschüss Baba bleiben. Das ist nicht nur bei A Moe und Tschüss Baba bleiben. Das ist nicht nur bei A Moe und Tschüss Baba bleiben. Vielen Dank.